Was ist Uromandibuläre Dystonie? Uromandibuläre Dystonie, auch als Schädel-Dystonie oder Meige-Syndrom bezeichnet, ist eine neurologische oder Nervensystem-Bewegungsstörung, die unwillkürliche, kraftvolle Kontraktionen des Mundbereichs einschließlich des Halses, des Gesichts, des Kiefers oder der Zunge verursacht. Dieser Zustand kann das Öffnen und Schließen des Mundes erschweren. Es kann auch das Sprechen, Schlucken und Krauen beeinträchtigen. Diese Art von Muskelkrampf kann mit oder ohne familiäre Dystonie oder Muskelkrämpfe auftreten. Es wird jedoch angenommen, dass Uromandibuläre Dystonie durch ein Problem mit den Basalganglien verursacht wird. Die Basalganglien sind Strukturen im Gehirn, die die Bewegung steuern. Es wird angenommen, dass dieser Zustand auch durch sekundäre Ursachen wie Stress, Mülligkeit, Drogenexposition und Erkrankungen wie die Wilson-Krankheit verursacht wird. Die Wilson-Krankheit ist eine vererbte Kupfer-Metabolismus-Störung, die zu einer Anhäufung von Kupfer in den lebenswichtigen Organen wie Leber und Gehirn führt. Diese möglicherweise lebensbedrohliche Erkrankung kann zu Zittern und Muskelkrämpfen führen. Tremor sind unwillkürliche, rhythmische Muskelbewegungen, während Muskelkrämpfe unwillkürliche Kontraktionen oder Anspannungen der Muskeln sind. Morbus Wilson ist auch mit Problemen im Gesicht und im Mund verbunden, wie zum Beispiel Schwierigkeiten beim Sprechen und Uromandibuläre Dystonie kann mit Dystonie oder Bewegungsstörungen im Hals, Hals-, Gesichts- und Mundbereich in Kombination oder einzeln auftreten. Da die Symptome variieren und es keinen standardisierten Test gibt, um das Vorhandensein von Uromandibulärer Dystonie zu bestätigen, wird die Diagnose dieses Zustands durch eine umfassende körperliche und neurologische Untersuchung gestellt. Die Behandlungsmöglichkeiten für die Uromandibuläre Dystonie können auch symptomatisch variieren. Gelegentlich lindern Medikamente, die die Neurotransmitter-Chemikalien oder die Bottenstoff-Chemikalien zwischen Nerven und Muskeln beeinflussen. Einige Beispiele für diese Arten von Medikamenten umfassen Benzodiazepine wie Valium und Dopatamin-Abreicherungsmittel wie Levadopa. Eine andere übliche Behandlung von Uromandibulärer Dystonie sind Injektionen von Botulinum-Turxin. Dieses biologische Produkt, das aus einer bestimmten Form von Bakterien stammt, um die Neurotransmitter zu blockieren, wird in bestimmte betroffene Muskeln injiziert, um die unwillkürlichen Kontraktionen des Hals-, Gesichts- und Mundbereichs zu verringern oder zu beseitigen. Diese Injektionen funktionieren normalerweise gut bei Dystonien mit unwillkürlichen Mundverschlüssen. Zu den nicht-invasiven Behandlungsoptionen gehören sensorische Tricks wie Kaugummi oder das Einlegen eines Fingers unter das Kinn. Diese nicht-invasiven Techniken können eine vorübergehende Beendigung der Symptome bewirken. Die Stärkung der umgebenden Muskulatur und die Dehnung des gesamten betroffenen Bereichs können dazu beitragen, die Symptome zu verringern. Sprachtherapie mit Schlucktechniken kann auch Bewältigungsstrategien und allgemeine Bewegungskontrolle bieten. Allgemeine Techniken zur Reduzierung des Stressniveaus können auch zu einer Verringerung der Symptome einer oromanibulären Dystonie beitragen.